Hallo zusammen, heute möchte ich euch mal einen ganz außergewöhnlichen, tollen Beischüttisch vorstellen. Der Tisch ist aus Teakholz und als Besonderheit hat er, wie ihr hier sehen könnt, vier Elefanten als tragende Säulen. Der Tisch ist handgearbeitet, eine sehr tolle, schwere, massive Ausführung. Und sicherlich wisst ihr ja, dass Elefanten als Glückssymbole gelten, deswegen sollte so ein Tisch sicherlich in jedem Haushalt vielleicht mal stehen. Er hat hier vier kleine Ablagefächer, da könnt ihr eine Zeitschrift reinlegen oder auch eine Brille. Ihr könnt die nutzen für eine Lampe oder vielleicht wirklich neben einem Stuhl, so als kleines Lesetischchen, wo man mal einen Kaffee oder ein Teel drauf abstellen kann. Der Tisch hat einen Durchmesser von ungefähr 57 cm. Wir können euch zu diesem Tisch auch noch weitere Möbel anbieten, die dazugehören. Wenn ihr euch dafür interessiert, meldet euch gern. Habt ihr Fragen, könnt ihr natürlich auch immer bei uns anrufen oder schaut auf unserer Internetseite unter www.diekommode.de oder in unserem Shop storediekommode.com. Bleibt gesund, bis dann, tschüss!